Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei der Bencan. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Es ist ein herrlicher Tag, wenn ihr euch fragt, warum sieht der Typ noch so kaputt aus. Das liegt an der Uhrzeit. Es ist einfach noch schweinefrüh, aber wir haben ja einiges zu tun. Wie versprochen oder angedeutet, das Wetter ist richtig geil. Ich fahre jetzt los zu Kasselmania, zu Manu. Wir wollen noch ein bisschen was vorbereiten für den Studiotermin im Boruss. Und außerdem habe ich ja versprochen, dass es noch ein YouTube-Video gibt. Und da haben wir gedacht, bei dem geilen Wetter heute stehen wir auch ein bisschen früher auch und gehen das einfach mal an. Ja, ihr seid live dabei. Schön, dass ihr den Spaß mitmacht. Und herzlich willkommen bei der Bencan. Ich bin auf dem Weg zu Kasselmania, zu Manu. Wir möchten noch ein paar Kleinigkeiten vorbereiten für das Studio in Hannover. Und im Anschluss hatte ich versprochen, dass es noch einen YouTube-Cover-Song geben wird. Und den werden wir heute aufnehmen. Solltet ihr euch fragen, was macht der Typ die ganze Zeit für Schleichwerbung? Ja, dann liegt es einfach daran, dass der Studiotermin im Boruss jetzt natürlich immer näher rückt. Das sind jetzt circa knapp zwei Wochen noch. Wir haben schon ein bisschen was reingekriegt. Vielen Dank für diesen Support. Und die herzliche Einladung und Aufforderung, ihr könnt immer noch offizieller BenBlack-Unterstützer werden. Einfach auf www.kasselmania.de mal vorbeischauen und gucken, ob ihr vielleicht ein Shirt für die Sommersaison euch ordern wollt. Die Tassen, aber selbst die kleinen Sticker, damit würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun. Schaut mal rein. Es gibt geiles Zeug. Und ich merke gerade, ich bin schon wieder viel zu spät. Aber es ist ja auch noch früh. So, ich habe gedacht, es geht in die Sonne. Aber Pustekuchen, wir fangen doch erst mal drinnen an. Ich zeige euch mal, wie wir hier am Arbeiten sind. Einen Moment. Einmal mitkommen. So, da seht ihr Manu und Yvonne, die hier schon das Set aufbauen. Nee, ich sehe es nicht. Na klar, du hilfst doch mit die ganze Zeit. Das ist ja eigentlich die Verantwortung. Kasselmania in Personal Union. Oder sagt man dann Personal Duon. Also Manu und Yvonne. Wir haben extra ein Gebäude abgerissen, damit wir hier jetzt drehen können. Ja, wir dachten, wir sitzen hier einfach mal in den Dreck. Ja, das, was er am besten kann. Der Vorschlaghammer steht schon, ja. Ja, und das war eigentlich die meiste Arbeit, dass wir erstmal die Wände so weit eingerissen haben. Und jetzt schauen wir mal, ob es auch was bringt. Manu versteckt sich wieder. So, jetzt wird es gleich ernst. Ich bin schon ganz aufgeregt. Jetzt kann ich mal zeigen, wie es hier aus meiner Sicht aussieht. Mieses Licht. Da werden wir gegen-observiert quasi. Ja. So kann man den Tag in der Sonne auch verbringen. So, den ersten Part haben wir schon geschafft. Ich stärke mich jetzt nochmal. Ich glaube, das wird ein lustiges Video. Ihr könnt gespannt sein. Es wird ganz gut gemacht. Der Manu hatte eine geile Idee. Lasst euch überraschen. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall stärken. Warum? Seht ihr noch? Der erste und einzige Drehtag zum Cover, was wir bei YouTube hochladen werden in den nächsten Tagen. Ich werde das hier natürlich nochmal ankündigen. Hat sehr viel Spaß gemacht. War ein paar spontane Sachen dabei. War eigentlich gar nicht so geplant, wie das halt immer so ist. Aber geil. Haben die Zeitgub genutzt. Haben auch am Ende noch ein bisschen Sonne gekriegt. Sehr schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt doch bitte einfach weiter. Dann mache ich hier die Bandcam zu einer festen Institution. Wird mich sehr freuen, wenn der ein oder andere den Kanal abonniert und es weiter sagt, dass ihr Werbung macht. Schaut auf jeden Fall rein bei castlemania.de, die Merchartikel, die ich angesprochen habe. Ich brauche eure Unterstützung. Ihr könnt Band-Supporter werden. Offizieller Band-Black-Supporter wäre sehr, sehr geil. Wie gesagt, jeder Euro nützt da was. Ja, habe ich gesagt. Ich zähle auf euch. Wäre fett. Und ich würde sagen, jetzt genieße ich die Sonne noch ein bisschen. Belohnung habe ich mir schon bereitgestellt. Schaut wieder rein beim nächsten Mal bei der Bandcam. Bis dann. Ciao.